Jo, hallo liebe Freunde hier bei der Auslosung meines 1000 Abonnenten Giveaways. 12 Spiele werden unter insgesamt 49 Teilnehmern verteilt. Das heißt, jeder fünfte oder bisschen mehr, sogar 5,3 oder 4,7 meine ich umgekehrt, kann was gewinnen. Ich werde auch so dann starten, wenn jemand schon gezogen wurde, der kann dann nicht nochmal ein Spiel gewinnen. Der wird dann aus dieser Liste rausgelöscht und falls er durch den Zufallsgenerator nochmal gewählt wird, natürlich neu gewählt. Das muss ich jetzt wegbringen. Eigentlich wollte ich da noch schöne, epische Musik dahinter tun. Ja, da, muhaha. So, jetzt haben wir das mal erledigt. Was gibt es denn zu gewinnen? Das wisst ihr ja schon. Assassin's Creed Black Flag, Bioshock. Die erste Auslosung wird Assassin's Creed Black Flag sein. Dann werde ich nach links gehen, bis Prototype 2, dann nach rechts und die letzten werden dann diese 4 Spiele, Trine, 5xV, Garry's Mod und Chutulu Saves the World sein. Falls ihr dann gewonnen habt, bitte schickt mir dann über Nachricht oder wenn ihr wollt auch über einen Kommentar euren Steam-Account-Namen, damit ich euch da adde, weil die meisten Spiele sind ja Steam-Spiele und von dem her muss ich die dann als Geschenk verschicken. So, die Teilnehmer sind Superbrille 28, der New Noob Gamer, Stehaufmännchen, Dezotos, OFM, Space Force 03L, Felix Niklas, Ironsport Gaming, It's Me Hero, Olaf Sacher, VOR788, Johnny B, DAD, 431, Namuna Mykma, Filamor LP, Kauhell, Extreme Schalker, Ubi Bravish, Early House, Ramps Rhein, D-Undertaker, 1233, Deep Ground LP, Chill Nose Killer, Chiller Nose Killer, keine Ahnung, 134, 2Bluv, Lyri X, Ad Factor HD und Robert De Piro, das sind die 49 Teilnehmer, die am Gewinnspiel teilnehmen und ich würde auch einfach sagen, spielt die Musik denn überhaupt? So, schon besser. So, jetzt wird's spannend, jetzt passt auch die Musik dazu, jetzt kann ich das auch zumachen, ein bisschen alles unprofessionell. Wir haben hier den Zufallsgenerator, meine Freunde, ich werde beim ersten Mal dreimal klicken, beim dritten Mal ist die richtige Zahl und dann werde ich nur noch einmal klicken. Ich werde denjenigen dann auch rauslöschen aus der Liste, wenn er schon gewonnen hat. Und wer gewinnt jetzt Assassin's Creed 4? Das wird jetzt 1, 2, 3 und die Nummer 3 gewinnt beim dritten Versuch und die Nummer 3 ist Dennis Kloppenburg, der gewinnt Assassin's Creed 4. Glückwunsch, meld dich über einen Kommentar. So, und jetzt wird welches Spiel nochmal ausgelost? Damit gezeigt ich das Foto zugemacht. Ühhh, geh mir einfach auf meinen YouTube-Kanal, da sehe ich es wenigstens. Da, 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 das ist nicht professionell, ich weiß es ja, 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 ja. Video Manager. So, naja, es ist nicht vielmals verteilt. Genau, so, das nächste Spiel ist, Bioshock Infinite. Also, nächste Zahl ist die 31 und die 31 ist Olaf Sacher, du hast Bioshock gewonnen. Ja, Bioshock. So, herzlichen Glückwunsch, auch bitte über einen Kommentar melden. Das nächste Spiel ist Hitman Absolution und das hat die Nummer 18 gewonnen. Und die Nummer 18 ist David Neumeyer, du hast Hitman Absolution gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Dave, zu diesem Gewinn. So, und die nächste ist 27. Die Nummer 27 hat gewonnen Mass Effect 3. Der bekommt den Key bei mir über E-Mail geschickt. Und die Nummer 27 ist Space Force, du hast Mass Effect 3 gewonnen. So, das nächste Spiel ist Prototype 2 und die gewinnt die Nummer 40. Und die Nummer 40 ist Early House. Glückwunsch, du hast Prototype 2 gewonnen. So, da schreiben wir alles direkt dazu. Das nächste Spiel ist jetzt Far Cry 3. Wieder ein klasse Spiel. Und das hat gewonnen die Nummer 10. Die Nummer 10 ist Deore. Du hast Far Cry 3 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Nächstes Spiel ist Total War Shogun 2. Der bekommt den Steam Key wieder per E-Mail geschickt. Die Limited Edition. Also, klasse Spiel wieder. Und das gewinnt die Nummer 29. Und die Nummer 29 ist Iron Sport Gaming. Der liebe Micha hat Total War Shogun 2 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und jetzt das letzte Spiel von der oberen Reihe. Das ist Anno 2070. Das Aufbauspiel schlechthin. Und das hat gewonnen die Nummer 7. Und die Nummer 7 ist Freak Eyes mit Anno 2070. Herzlichen Glückwunsch zu dem Spiel. Jetzt noch die untere Reihe. Da fange ich an bei Doppel-V. Ein Rage-Spiel meiner Meinung nach. Weil es ist geil, aber da kann man so viel verlieren. Und das hat gewonnen die Nummer 20. Die Nummer 20 ist Tagel-LP. Hat 5xV gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und das nächste Spiel. Trine. Wieder Korpsspiel. Tolles Korpsspiel. Die Nummer 10. Und das ist Deore. FC. Ne, du hast schon gewonnen. Scheiße. Nächste. Die Nummer 42. Die Nummer 42 ist The Undertaker. Du hast Trine gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dann, wer gewinnt den Gary Smott? Und Gary Smott gewinnt die Nummer 22. Und die Nummer 22 ist Fengi. Du hast Gary Smott gewonnen. So, und jetzt das nächste Spiel. Also das ist ein Doppelspiel. Da ist Chutulul Save the World. Und das andere Spiel, wo ich den Namen jetzt gerade nicht weiß. Und das gewinnt die Nummer 6. Und die Nummer 6 ist Spanien-LP. Du hast Chutulul das Doppelpack-Spiel gewonnen. Da sind zwei Spiele drin. Das speichere ich mir direkt. Damit ich das nicht vergisse. Und es gibt ja 40 Likes, die erreicht worden sind. Und da gibt es dann am 1. Februar, kommt dann ein Überraschungsspiel als Gewinnspiel nochmal. Als Giveaway. Also dranbleiben. Dann wird da nochmal ein tolles Spiel. Also das ist dann kein Underdog, sondern ein AAA-Titel wieder. Also ich freue mich auf euch. Ich sage danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten 1000 Abonnenten auch noch dabei. Teilt meine Videos. Liked meine Videos. Favorisieren. Kommentieren. Alles, was nur positiv beitragen kann. Dass sich da weiter, dass weiter bergauf geht. Weil darum spiele ich. Darum will ich euch unterhalten. Und es gefällt mir einfach. Ich habe Spaß dran. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Einen schönen Nachmittag. Genießt den Tag. Genießt das Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis bei den nächsten Projekten. Euer Pazian LP. Tschü Leute.